Und damit ist Servus und herzlich Willkommen hier bei Chromie.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute mal wieder so eine geballte Ladung an News, weshalb ich gedacht habe, da machen wir doch nochmal schnell ein Video und klären das Ganze auf. Denn wir haben erstens ein super geiles neues Cinematic von Hurricane und nein, es ist nicht wegen einer neuen Classic Expansion und Deathwing oder Rap of the Lich King, sondern um einen Kill in Classic Hardcore. Dann ist der Community Council für 2024 geöffnet, also die Bewerbungen dafür. Außerdem hat Blizzard eine Vorschau für die Hero-Talente, also die Heldentalente, die mit der nächsten Erweiterung The War Within kommen, angezeigt. Das nächste ist, wir können mehr als nur spekulieren, möchte ich behaupten, wann der Release von The War Within ist, denn Blizzard hat die Arena und MDI-Turniere angekündigt und damit auch gewisse Daten, wann die stattfinden, beziehungsweise, ja, vorherige Statements, da gucken wir uns das gleich zusammen an. Und noch ein dickes, fettes Giveaway von seitens World of Warcraft in Zusammenarbeit mit uns auf unserem Discord für unser Discord-Partner-Programm, wo ihr nochmal richtig schön was gewinnen könnt. Gehen wir rein. Als allererstes, man kann sich nun für den Community Council 2024 bewerben. Was ist der Community Council? Der wurde vor einiger Zeit von Blizzard ins Leben gerufen, um eine gewisse Anzahl von Leuten, die sie sich rauspicken, also man muss da so ein Formular ausfüllen und da gibt man auch an, was ist man? Content Creator, Spieler, wie lange spielt man, welche Bereiche spielt man? M Plus ist man nur Sammler, ist man Leveler, Twinkler und sowas. Und Blizzard versucht dort aus all den Bereichen, also von M Plus bis zum Pet-Sammler und Spieler, einen repräsentativen Rat sozusagen da rauszuziehen, ist natürlich schwierig. Und diesen ein eigenes Forum sozusagen zu geben, wo nur sie schreiben können, unter anderem mit den Devs, aber alle anderen Spieler nur lesen können. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit. Manchmal ging es ein bisschen schief, deshalb, weil Menschen damit irgendwie involviert sind und manche nutzen das natürlich aus. Aber ansonsten ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache. Blizzard zeigt auch immer mal wieder, wie dann so Gespräche mit Community Council und den Dev-Mitgliedern stattfinden oder man kann auch selbst dort im Forum lesen. Links dafür sind unten. Erstens, wo ihr euch anmelden könnt. Und zweitens, wo das Forum ist, damit ihr vielleicht selber mal da reinlesen könnt. Und natürlich die News von Chromie dazu. Dann noch was sehr, sehr witziges. Und zwar, wir kennen alle Hardcore und wir haben da so einige richtig coole Tode gesehen. Auch wenn ich selber nicht wirklich aktiv zocke, sind manche Tode schon wirklich krass. Und ich selber bin ja wirklich nur klitzeklapp mit drei HP einmähnkommen. Ziemlich witzig. GuzoTV hatte wohl einen der meisten oder einen der meistgesehenen Tode, zumindest wenn es nach Twitch-Clips geht. Und Hurricane, derjenige, der die Cinematics, die krassen gemacht hat, für Raffles the Lich King Classic, Burning Crusade Classic, für jetzt Catechism Classic und auch so schon übertrieben coole Cinematics hat, der hat sich kurz daran hin und gesetzt und hat diesem Tode eine kleine Hommage gegeben. Ich blende hier nur kurz was ein, weil schaut euch bitte auf seinem Kanal oder so das Video an. Ich möchte da irgendwie keine Klicks oder sowas für ziehen. Ist natürlich auch unten in der Infobox verlinkt. Dann haben wir am heutigen Abend auch so eine kleine Infoflut von Blizzard bekommen. Und zwar mehrere Content-Creator, unter anderem Nate, ein Spieler von Method oder auch Novel, so wie ich gesehen habe, konnten Interviews mit Devs führen, wo sie ein bisschen über die Talente sprechen, also die Heldentalente, die in WoW Within kommen. Das sind so gewisse Spezialisierungstalente. Ihr bekommt nicht irgendwie super krass neue Fähigkeiten und, also, weil ich es öfters schon gehört habe, das ist jetzt nicht sowas wie Season of Discovery. Es sind so gewisse Extrasachen, sprich, der Todesritter, der in seinem I'm-Spec dann sich irgendwie nochmal in die Richtung da spezialisiert oder da spezialisiert. Also, mehr Schaden auf die und die Fähigkeiten oder mehr Schaden auf die und die Fähigkeiten. Dann gibt es vielleicht eine neue Fähigkeit oder zwei neue Fähigkeiten dazu, die das Ganze abrunden. Das soll ein bisschen mehr Spieltiefe für die Klasse bringen, so ein bisschen mehr, dass man die Klasse mehr fühlen kann. Deswegen haben die auch sehr geile Namen, ne? St. Lane, Todesritter oder, ähm, sowas. Lichtschmied Paladin ist wahrscheinlich noch nicht richtig auf Deutsch, aber ist cool, ist so eine kleine Vorstellung. Außerdem vier Specs wurden gleich schon gezeigt und zwar einmal von einem Todesritter ein Speck, vom Rufer ein Speck, ähm, vom Paladin und vom Krieger. Findet ihr auf chromie.de. Alles hab ich euch reingesetzt unten in der Infobox. Dann noch, äh, Werbung in eigener Sache zusammen mit World of Warcraft. Wir sind ja im World of Warcraft Partnerprogramm, wo wir in den letzten drei, vier Monaten schon Giveaways im Wert von über 500 Euro rausballern durften. Ey, Liebe geht raus an World of Warcraft dafür. Ähm, echt, echt voll toll. Außerdem über 1500 neue Leute auf dem Discord. Ähm, das ist eine super coole Sache. Äh, diesmal verlosen wir noch ein cooles Giveaway. Und zwar könnt ihr einmal einen Code für The War Within in der Epic Edition gewinnen. Ihr könnt das World of Warcraft Furorion Plüschtier gewinnen. Das, was ausverkauft ist, ne, was man während der BlizzCon kaufen konnte. Dann entweder ein Tausendteile World of Warcraft Puzzle oder eben die World of Warcraft Gaming Tischmatte. Das hängt jeden danach ab, wie so gerade der Lagerbestand ist. Eins von den beiden kriegt man. Und dann einmal die BlizzCon Blind Miniatur Plüscht, ne. Das waren so diese, wo auch ebenfalls der Furorion drin sein könnte oder Alex Traser. Da gibt's so sechs, sieben unterschiedlich von. Das ist so eine Blind-Packung. Man weiß also nicht, was drin ist und man kriegt's raus. Ähm, ich hatte einen von der BlizzCon für meine Frau mitgenommen. Und da war der Schatzgold drin. Ist auch jetzt bei mir oben auf dem Tannenbaum. Sehr gutes Ding. Macht sich besser als jeder andere Stern. Ähm, das könnt ihr gewinnen. Und ihr habt noch Zeit bis zum 31.12. tatsächlich. Ihr werdet zufällig gezogen. Ihr müsst dazu bei uns natürlich auf den Discord kommen. Link unten. Und dann geht ihr einfach in den Winterhauch-Giveaway-Channel. Und ihr müsst dort nicht irgendwelche großartigen Sachen machen, sondern BlizzCon möchte einfach nur, dass ihr da ein paar Wünsche an die Bewohner Arzorot richtet. Dann so ein paar Weihnachtswünsche im Bereich von so fröhliches Winterhauch-Festbewohner von Arzorot. Plus euren Char-Namen und euren Server-Namen. Denn es kann sein, dass Blizzard von diesen Wünschen, je nachdem, wie schön ihr sie ausschmückt oder wie toll sind oder wie kreativ sie sind oder witzig vielleicht sie sind, kann es sein, dass Blizzard für seine Social-Media-Konten, sprich den Facebook- oder den Twitter-Kanal oder auch den Blue-Sky-Kanal, ähm, sich das rauszieht und das postet. Und mit eurem Char-Namen, eurem Server-Namen natürlich. Ist halt schon echt eine super coole Angelegenheit. Angelegenheit, ich meine, imagine, ihr werdet vom Twitter, vom World of Warcraft-Account irgendwie gepostet, weil ihr eine super coole, kreative Idee habt. Und ihr könnt dann noch was gewinnen. Gezogen wird tatsächlich von mir. Das heißt, da hat Blizzard dann nichts mit zu tun. Ähm, ich ziehe random über einen Generator, zufällig aus dem, ähm, Channel dann einen raus. Ähm, man kann auch nicht zwei, drei, vier, fünf Sachen machen. Es ist nur ein Track, wird gewertet. Und dann werdet ihr am 31.12. eben irgendwie gezogen. Und mit Glück bekommt ihr dann das super tolle Zeug. Kommen wir jetzt noch zum krassesten, finde ich, des heutigen Abends, wo mein Hirn schon wieder am Rattern war. Und zwar, Blizzard hat die Arena-Finals, beziehungsweise das Turnier und das MDI-Turnier angekündigt. Und damit auch so ein paar Daten preisgegeben. Denn interessant ist, dass die letzten drei, ähm, die letzten Arena-Kämpfe von Season 3, also von diesem Turnier, am 1. bis zum 3. März gehen. Die letzten Kämpfe vom, ähm, MDI, die Finals, sind vom 8. bis zum 10. März. Wir wissen, dass wir alle acht Wochen lang drei Patches bekommen sollen, bis zum Pre-Patch The War Within. Wir wissen auch schon, dass die Bete, beziehungsweise die Closed Alpha, auf dem CDN wartet. Wir wissen auch schon, dass 10.26, by the way, das erste Mal, dass wir ein 10.26 bekommen. Und wir haben die ganze Zeit schon gerätselt, warum könnte das so sein. Und ich erkläre euch gleich, warum. Auch auf dem CDN wartet. Und wahrscheinlich kurz nach Weihnachten oder vielleicht sogar noch vor Weihnachten auf die PTR-Server kommt. Was heißt das jetzt? Was können wir daraus lesen? Ich finde eine Menge. Ich zähle euch jetzt mal auf. Wir gehen ja davon aus, dass wir Anfang, Mitte Januar 10.25 erwarten. Wahrscheinlich kriegen wir nächste Woche die Ankündigung dafür. Ähm, ich denke, zwischen dem 10. oder dem 17. Januar wird der Patch erscheinen. Dann haben wir genau die acht Wochen nach dem letzten Patch. Und es passt einfach sehr gut rein in alle anderen Sachen. Wir haben den Scherbenwelt-Pokal. Der startet, ähm, einen Tag danach, beziehungsweise der startet am 11. Laut Ingame-Kalender Retail. Wenn man jetzt auf den PTR geht, der startet ja am 18. Kann aber ein Fehler sein. Habe ich schon mal in ein paar Videos erklärt. Ähm, das heißt, höchstwahrscheinlich könnte es echt der 10. sein, 10. Januar, dass der Patch erscheint. Und dann, wenn wir weiterrechnen, plus uns die Daten vom, ähm, Turnier, Arena sowie MDIs nehmen, haben wir acht Wochen später, also Anfang, Mitte März, 10.26. Das wäre wieder acht Wochen später. Es wäre eine Woche nach den MDI am Finals, so nach dem Turnier. Und das Coole ist, oder das Krass ist, warum 10.26? Wir haben ja gedacht, weil was Größeres kommen könnte, ne? Rückeroberung Gelneas, Mini-Raid, der immer noch sein könnte, ähm, oder, 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 oder einfach Season 4. Wir haben ja schon spekuliert, aufgrund der Alpha-Beta-Situation und generell dem Tempo von World of Warcraft, dass die nächste Erweiterung, The War Within, schon im September, beziehungsweise Oktober kommen könnte. Eigentlich war das auch mal der Plan gewesen für vergangene Erweiterung, hatte sich aber durch Corona bei Shadowlands ja nach hinten gezogen. Und dann wieder zwei Jahre. Weil ich ja in einigen Videos gehört habe, äh, es gab schon mal im Juni, Juni irgendwelche Erweiterungen, erzähl dich, dass es nicht geht. Mir war im letzten Video, wo ich über die Spekulation, wann The War Within kommt, geredet habe, klar, dass zwischen den Erweiterungen zwei Jahre lag. Außer eben zwischen Battle for Earth Rod und Shadowlands, weil da halt Covid war und Shadowlands nach hinten datiert wurde. Ansonsten hatten sie dann wieder zwei Jahre später Dragonflight gebracht. Jetzt scheint es so, als ob die die Zügel anziehen wollen, wie sie ja auch auf der BlizzCon und in einigen Interviews schon gesagt haben. Und es scheint ganz so, als ob sie es schaffen könnten. Denn, wenn wir so weitergehen, könnte 10.26 nach vier Monaten anstatt nach sechs Monaten schon Season 4 bringen. Das wäre huge. Das wäre eine wesentlich verkürzte Season-Zeit. Ich denke, wenn ich das so mitkriege, das wollen die meisten irgendwie, dass die Season natürlich auch schneller kommt und man da durchprügelt. Gerade da, ähm, wir wissen, wie die Fated Raids und Season 4 in Shadowlands waren, dass zum Beispiel die Erfolge, ähm, CE-Raider und so ja noch gemacht werden konnten, wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte es ja keine Nachteile haben, dass die Season früher endet und Season 4 früher startet. Wenn man dann immer noch die Chance hat, ganz normal auf das, äh, Mythic Mount und in die Rummishalle zu kommen und so weiter und so fort. Nur, dass man halt auch an die anderen Raids dann laufen kann. Bloß natürlich, dass man sich dort besser equippen kann, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wäre aber cool. Dann gehen wir weiter und dann kommt 10.27, also Anfang Mitte Mai, wieder acht Wochen später. Ähm, das wäre dann wieder so ein Rüberbringer-Lorm-Bissern, ne? Und das hatten wir auch in Shadowlands nach Seraph Mortis, da ist das mit Unterstadt und Gylneas gekommen, äh, mit dem Blutelfen-Paladin und sowas gekommen. Das so ein Zwischenbringer, da bringt man so ein paar Sachen rein, so ein bisschen schon mal, ähm, Hintergrundsachen auch für The War Within wahrscheinlich, aber hat offensichtlich, also beim Questen, beim Leveln oder sonstiges, nichts mit der nächsten Erweiterung zu tun. Und dann könnten wir schon im August den Pre-Patch wieder wahrscheinlich in zwei Phasen aufgeteilt, wie auch bei Dragonfight, ähm, bekommen. Ich denke, dass sie die Acht-Wochen-Aussage nur für die Patches für Dragonflight ist. Also so haben sie es auch wortwörtlich gesagt, ne? Wir wollen alle acht Wochen drei Patches noch für Dragonflight bringen, bis dann der Pre-Patch kommt. Deswegen denke ich auch, dass zwischen 10.27, Mitte, Anfang Mai, und dem Pre-Patch, ähm, dann so im August, mehr als acht Wochen liegen. Weil man dann auch, ne, die Beta-Phase hat, die dann halt super gut reinkommt in diesem Zeitraum. Und dann könnte der Release tatsächlich September, Oktober sein. Ich gehe mittlerweile spätestens von einem Release im Oktober aus. Mitte, Mitte bis Ende Oktober dürfte es spätestens raus sein. Also da zähle ich jetzt schon eine Kadenz mit rein, irgendwelche Probleme mit rein. Es könnten auch dies, das passieren. Man muss doch was changen, ändern oder, oder, oder. Aber ich gehe stark davon aus. Gerade auch mit der News von vorhin, dass wir wissen, also dass sie jetzt schon wieder eine Vorschau für die Heldentalente oder sowas geben. Sie scheinen relativ weit zu sein. Auch die Patches, äh, wenn man jetzt auf den The War Within Bild guckt, das scheint relativ gut zu sein. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich so kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, nochmal zusammengefasst, 10.25, ähm, Anfang Mitte Januar, 10.26, Anfang Mitte März, Season 4, 10.27, Anfang Mitte Mai, paar Story-Sachen, bisschen Lore, bisschen dies, bisschen das, vielleicht auch ein paar Anpassungen schon, Paladin für alle. Übrigens auch mit Season 4 könnte wirklich noch ein Mini-Raid kommen, so ein Zwei-Boss-Raid, das ist nicht unmöglich. Und dann 11.0, ähm, irgendwann so roundabout August, Ende August, August, Juni, ähm, Juni, Juli, August, äh, könnte auch vielleicht, also August, Ende August würde ich sagen, vielleicht spätestens so Anfang September und dann wirklich September, Oktober, 11.0, The War Within Release. Ich fände es echt cool. Ich bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare unten drunter, ähm, ob ihr es gut findet, dass die Season 3 dann etwas kürzer wäre, 4 anstatt 6 Monate. Dafür halt auch nochmal eine genauso lange Season 4 mit allen Rates. Was haltet ihr davon? Packt es mal unten rein. Außerdem Abo dalassen, Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben für das Video, damit ihr natürlich nichts weiteres verpasst. bei den News rund um World of Warcraft. Danke fürs Einschalten. Servus und Ade.